Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi haben den Betrieb an den Flughäfen Berlin und Hamburg ganz oder teilweise lahmgelegt. Am BER wurden alle Abflüge für diesen Montag gestrichen. Am Hamburg Airport fallen etwa 30 bis 50 Prozent der Abflüge innerhalb von 24 Stunden aus. Ankommende Flüge sind dort voraussichtlich nicht betroffen. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die stockenden Lohn- und Gehaltsverhandlungen für Teile des Bodenpersonals. Verdi drohte bereits mit weiteren Streiks, sollte der Arbeitgeber bis Ende des Monats kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.